Praktisch täglich sehe ich hier in meiner Praxis Patienten, die kommen wegen übertriebener Müdigkeit, Erschöpfung, ausgebrannt, Burnout-Patienten. Die Schulmedizin tut sich schwer mit diesem Thema. Wir können ein paar Blutuntersuchungen machen, was wir hier natürlich auch machen, aber meistens findet man keine Ursache. Wir haben inzwischen ein neues Gerät hier, das nennt sich IHHT. Diese Methode hat 2019 den Medizin-Nobelpreis bekommen. Wenn du das googelst, erfährst du mehr die wissenschaftlichen Daten und die Hintergründe, die klar zeigen, wie wirksam diese Methode ist. Das Gerät macht nichts anderes, als dem Patienten zuerst viel Sauerstoff zu geben und dann eine sehr tiefe Sättigung. Dieses Abwechseln von hohem und tiefem Sauerstoffgehalt lässt die kranken Mitochondrien in unseren Zellen absterben. Die Mitochondrien sind notwendig für die Energie. Dank diesem Auf und Ab sterben also die Kranken ab und es entstehen viele, hunderte neue Mitochondrien in den Zellen. Das erfrischt den Patienten, genauso wie die Sportler im Höhentraining. Praktisch gesehen, du liegst auf einem bequemen Bett. Man muss 10 bis 15, 20 Mal diese Methode durchführen und schon nach 4, 5 Mal kann man eine Besserung, einen ersten Erfolg feststellen. Und nach 10 Mal sagen praktisch ausnahmslos alle, es geht mir viel besser. Also wenn du verzweifelt bist wegen Müdigkeit, vielleicht Long Covid, schau dir diese Methode einmal an. Ausnahmslos gibt es technisch. Ausnahmslos geben, zu Herausforderung. Ausnahmslos Kost Ausnahmslos Barb